das war jetzt ganz wegen einem Mod äh, die müssen jetzt ganz, äh, gecraftet werden cool, guck mal, Workcard, weil das will ich mal gern aufbauen ganz sinnlos, aber haben wir irgendwo hier noch, äh, warte, lass mal ein Rail da achso, lass mal da, guck mal da ganz stumpf, guck mal ja, das ganze Mitte hin und her schieben, so, na das war mit der Kiste drin ey, ist eigentlich richtig flairt, so immer aber das, aber wir haben schon mal einen Melonen-Seal, das ist richtig geil das ist auf jeden Fall auch nicht klein, sag ich mal oh, mein Last Death Point wird noch angezeigt du bist dann schon wieder tüchtig am kohlen Schiffe wer? ja, du, wer sonst? wegen dir mit Phoenix B, oder was? ja, ich bin so so, bling, 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 bling Fledermaus, halt die Klappe oh, die ist bei mir drinne, geh weg auch ab auch ab ja und da haben es mit dir oh, oh, da drüben ist ein Giftspitsbar nach shaped Bob ich bin mir, wo bist du? irgendwo hinter Deswegen ist meine Spitzhack auch so im Arsch. Sonst kriegst du halt gleich noch meine, dann bin ich nur der Kunde. Was? Ja dann baue ich halt noch mal. Ach ja, ich habe noch drei Emeralds, ich kann sie auch noch haben. Ja, warte ich muss mal eine große abgucken. Ich habe fünf. Ich habe auch genug Shit zum irgendwas zu bauen. Notfalls brenne ich mir was. Gold ist auch ganz lustig, weil daraus kann man auch... Theoretik, äh, theoretisch. Theoretik. Bist du Theoretiker? Oder was? Theoretik. Aber pass auf hier, das ist irgendwo ein Giftspinner. Ja, dahinter. Hallo? Oh, zwei Stück aufeinander. Guck mal, da ist ein Giftspinner und hier. Stirb er! Äh, bevor ich mich damit anlege, mache ich erst mal eins. Ja. Ich war ausgehungert. Ja, ja, genau, das Ding hat mich in die Spinnnitzel reingeschoben. So was abbauen? Den könnte man eigentlich noch was schönes anfangen. Ich arbeite mich langsam mal hin. Oh, ausschalten. Was macht man denn? Oh, guck, ich baue jetzt diesen scheiß Spawn-Up. Oh, jetzt bin ich in der große Cave. Oh, jetzt bin ich in der große Cave. Oh, jetzt bin ich in der große Cave. Ähm, irgendein Zombie-Largen hier. Äh, was ist dieses komische da? Welches komische? Das da, das ist für Towncraft-Bittis. Das habe ich gerade das erste Mal. Hier ist nur ein Spurner. Äh. Ja, wie viele? Wie braucht man den Up-Up-Wessen? Schlitzhacke? Drauf und Brügel und so. Ja. Ich glaube auch schon FxD. Ja, du hast Schlitzhacke fast im Arsch, das haust du mal drauf. Ja, ich wollte nicht wechseln jetzt. Alter. Was ist das hier für eine Cave und die ist überall matt. Matt. Überall matt. Hab ich ihn hoch gesetzt? Ja. Gut, ich hab ihn hoch gesetzt. Äh. Ich auch. Oh, jetzt hab ich... Wieso hab ich jetzt? Mann. Oh, jetzt noch tiefer. Noch verzweigter. Ja. Ich war ein Monster. Hm. Ah, Flint könnte ich wegschmeißen. Schon wieder voll oder was? Ja, hab ich schon voll. Wie ist es grad schon wieder? Kann man nicht da rausschmeißen. Äh. Notfalls hier an mir, ne? Ja. Ich bin das, hm. Mattlager. Da riechten überall die Rohstoffe auf, Alter. Oh, oh. Ah. Bam. Holy shit. Kommt das Skelett an und danach vielleicht so... Oh Gott, noch ein... Ja, nen Bienenstock hier unten. Willst du mich verarschen? Ja, es gibt ja auch äh... Boden... Döds. Achso, auch äh, Bodenbienen. Alter! Hast du das übersehen? Was? Wo? Bist du blind, du oder was? Wer? Guck mal hier auf die Ecke. Ich hab... Ich bin erstmal vor... Ich hab mich erstmal den Weg mal geleuchtet, du Pfeife. Ja, aber guck mal an, was? Ach. Ich hab mir den Weg... Ich hab mir meinen Weg erleuchtet und... Ja, ich hab das alles gesehen hier überall. Guck mal da? Ja, ich weiß. Ich bin aber einmal durchgelaufen. Ich hab grad auf der Familie noch einen Spawner gesehen. Aua! Dörp. Ich erleuchte mir erstmal den Weg, dann hab ich einen sicheren Arbeitsplatz. So seh ich das Ganze nach. Ich bin gleich Outerfackeln. Outerfackeln. Ich habe noch... 10 Kohle hab ich... 10 Kohle? Äh hab ich so. Aber der Rest ist in meinem Ruhe. Oh, Spawner. Ja, noch ein Spawner! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein, lassen sie nicht. Boah, wie viele sind das? Das ist ehrlich, hier... Rohstoff an Rohstoff, das geht mir voll nicht klar. Ui! Knowledge Fragments, ganz wichtig. Ich muss auch noch mitnehmen, ne? Was? Ich nehm alles mit, was hier irgendwo rumgammelt. Was für mich fremd aussieht. Ne, also wenn du irgendwas Kistenartiges findest... Das ist Musikkabel so. Ach, ich lass mal den Spawner hier. Ich reiß das auf, was mir über den Weg lautet. Ja, fahr mal hier. Wir sind schon wie auf Kupferhöhe. Wir sind schon wie auf Kupferhöhe. Wir sind schon wie viel zu hoch. Wir brauchen ein paar Demanten. Boah, noch nicht wenig, äh... Ha, 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 ich hab so hier drüben so klick. Ich hab aber zwei dabei. Ich hab grad nachgeladen auch. Ich hab grad... Ich wusste gar nicht... Ich hab glaub ich... Das waren zwei von, wo ich mal losgehauen bin. Man, gut, dass das zwei war. Ich hab so klick. Dann siehst du mal, was ich schufte und was du machst? Das ist deine Neuele, ey. Ja, deine war noch von, äh... Schon angeschnitten. Angedrückt. Außer, ich bin ja hier nur die ganze Zeit Monster bekämpfen, damit du unsicheres meinen hast. Guck mal, der redet ausredenlich hier zu Recht, ey. Sagt der Richtige? Hm? Uran! Holy Shit! Okay, das sieht bisschen creepy aus. Ähm. Holy? Holy? Wieso? Das sehe ich auch zum... Ich glaub erst zum dritten Mal im Minecraft. Auch normal im Minecraft ist das so. Und da wartet ein Creeper! Dafür bist denn du! Das sind hier rein armer Bauern, ey. ... Arthoken! Nimm! Oh, ich hab's so getötet. Oh, jetzt will ich auch noch Fakern. Und jetzt wieder Eisen. Wir haben viel zu viel holz dabei. Wer denn nun? Ja... wir haben verschiedene Holtern dabei. Jetzt habe ich 2,6 Fackeln gemacht, super. Ich kann mich von Rohstoffen hier nicht retten mehr. Ich nehme jetzt eigentlich gerade noch das Wichtigste mit, beziehungsweise alles was ich schon im Eventar vorhanden habe. Ich bin voll! Ja, dann schmeiß mir von mir aus zu! Ja, genau! 3 TT-Cards! Niko, Niko seine Spielzeuge. Aber Kohle habe ich jetzt auch. Wie viel Kohle habe ich jetzt insgesamt schon? 1, 2... Ach, 2,5-6 Kohle habe ich. Und den Rest auch. Ein bisschen klümpeln. User in your channel, time down. Müssen wir mal kurz warten, dann kommt gleich wieder. Hat mein kleiner Let's Player mit hier einen kleinen Kablaster bekommen. Schade. Passiert mal. Kann immer mal sein, dass einjeniger ein bisschen das Internet schlecht hat. Man weiß ja nie. Derzeit leben wir das Mine-Card-Sein alleine des Mine-Farmens, des Strip-Films. Strip-Minen hier. Von Kohle über Kohle. Oh, da ist er schon wieder. Da ist er wieder, unser kleiner. Ja. Gott, der Scheiße, Mann. Kack, Internet! Ich bin sogar noch im F2B-Server? Nö. Ich bin rausgeflogen. Ah! Nein! Oh! Oh, beim Time-out habe ich fast gerade, ähm, das Stahl, was ich gerade gefunden habe, in die Narbe geschmissen. War nur fast. War nur fast. Das Kind ist ja sehr zuversichtlich. Cooler? Ich mach mit. Hau ab! Das Skyleter! Okay, hier ist irgendwie... Ha! Ich seh da gerade nur so einen Lava-Srom, daneben Gunpowder. Oh, wenn ich auf die Minimap gucke, das ist ja riesig! das was du gerade entdeckt habe ich bin gerade schon wieder fast raus ich bin auf lave gerade in 40 bis 44 44 blöcke unter mir und ich habe es gefunden ich weiß nicht mal weg was die tk hat mich nicht immer ich sehr ungern zum glück nur so kurz einmal gezogen müssen wir uns gleich mal treffen dass du dich ein bisschen bei mir entleerst oder was ja ich glaube schon ich kann auch nicht nur die hälfte hier mitnehmen alter muss das die mann schade gold und da ist das wir auch das habe ich noch in meinem resettort oha ok da wir so um die tja ich komme sofort lass mich kurz was wir noch abbauen oder das ganz ganz komisches ohr der mann galena Prozent galena ohr ich habe mich auch nicht so richtig also ich habe mich noch nicht so richtig rein studiert was man mit galena anfangen kann das konnte man glaube ich elektrolysen da hat man glaube ich rast glaube ich raus und ich weiß nicht mehr genau ja wenn du mal das eingibst gibt gibt mal bei 2 hier dabei zu beiteln oder nur not enough items war das teilnehmen doch kommt und für fünf Prozent erlisten die wir scheißorten gibt es über die schweiß staubige teile später wenn ich so ein bisschen lauer wenigstens und mit so zu bauern also mit so schweißer mal weg da er muss unbedingt zu mir nö ich sehe dich gar nicht mehr fällt doch du bist aber unter mir aber nach leiden da unten kann ich mich gerade runter oder ich glaube schon also ich bin jetzt gerade auf lavasee und ich sehe jeden lavasee das kenne ich mal vorwarten welche runde buddels weil ich habe noch ein bisschen was ist eigentlich noch so viel ja hier ist roter zombie so halte noch ganz kurz durch mich noch ein bisschen was mitnehmen ich muss schon schien wegschmeißen ich weiß nicht mehr oder zwei mero hier ist nicht extra weggeschmissen damit ich die kamen so aussammeln kann euch für skelette und ich bin ich bin hier gerade an lava das ist was war denn da da ist a4 schon gleich da auf dem weg mein schätzchen wenn ich bin hier nicht noch mehr wenn ich noch immer mehr hier kommen würde ich bin gerade hier schon tatkräftig am abbauen ja baue ab ich bin wie gesagt gleich da von mir aus pflanzt eine kiste dass ich gleich Grunde oder sowas und dann in die Kiste rein gaffe oder dann klaue mir alles das Galena Ohr sieht so komisch aus ne da ich hab ich hart auf Minimum bei mir das ist auch Galena Ohr Galena Ohr ein bisschen dunkel ich muss mir mal kurz fucking kräften so ja stimmt sehr viel scheiße wovon ich keinen Plan habe was alles ist aber